Bis zum Jahr 2030 sollen die 17 Nachhaltigkeitsziele der UN die Welt friedlicher, gerechter und ökologischer gestalten. Wir möchten auch in den nächsten 25 Jahren mit Ihnen gemeinsam die 17 Nachhaltigkeitsziele verfolgen. Nachhaltige Städte und Gemeinden, wir planen für einen attraktiven und starken ländlichen Raum. Industrie, Innovation und Infrastruktur können dabei unterstützen. Menschenwürdige Arbeit und Wirtschaftswachstum sowie nachhaltiger Konsum und Produktion. Aus dem ländlichen Raum für den ländlichen Raum. Wir unterstützen die Region mit nachhaltigen Planungen. Leben unter Wasser. Leben an Land. Unsere Planungen berücksichtigen Flora und Fauna in besonderem Maße. Bezahlbare und saubere Energie. Maßnahmen zum Klimaschutz. Wir stehen für die Entwicklung von Solar- und Windparks an verträglichen Standorten. Hochwertige Bildung, Geschlechtergleichheit und wenige Ungleichheiten. Wir setzen uns ein für die Außenweiterbildung im Betrieb und fördern dadurch die Chancengleichheit von jungen Frauen in technischen Berufen. Keine Armut, Keimhunger, sauberes Wasser und Sanitäreinrichtungen. Auch weiterhin unterstützen wir unser Patenkind Melissa in Burundi und leisten damit unseren Beitrag für die Welt. Wir schätzen die gute Kooperation und bedanken uns für die Zusammenarbeit. Wir wünschen friedvolle Weihnachten und ein gutes Jahr 2022. Bis zum nächsten Mal.